Und nach diesem geilen Intro, yo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal auf dem RebornX HD Kanal, nicht auf meinem Kanal. Es ist ein Vorstellungsvideo von mir auf diesem Kanal, auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön, dass ich das überhaupt hochladen darf, beziehungsweise du es hochlädst. Und ja, also im Hintergrund seht ihr eine Nuklear, auf Nuketown mit der N94, habe ich gespielt 6 gegen 6 Herrschaft, denke ich mal ganz 180 Sekunden, die sind ganz okay. Und ja, also fangen wir einfach mal an, ich bin Kevin, 15 Jahre alt und habe den YouTube Kanal, ich weiß nicht, so schon 3-4 Monate, aber ich habe für einen Monat, glaube ich, oder ein bisschen länger, eine Pause gemacht, wegen der Schule und meinem Equipment sozusagen. Also das Rendern bei mir dauerte übelst lang und das Hochladen genauso, ich brauchte irgendwie für ein 10 Minuten Video, um es überhaupt zu rendern, brauchte ich so 2-3 Stunden, dann ist es auch manchmal abgestürzt, dann musste ich es nochmal rendern und immer so weiter und das habe ich übelst aufgeregt. Dann das Hochladen auch noch eine Stunde, nur ein 10 Minuten Video, mittlerweile habe ich eine 100k Leitung, die aber wegen Kabel Deutschland, ähm, Kabel Deutschland ist fail, auf jeden Fall. Also 100k Leitung, der Upload ist auf jeden Fall jetzt geiler, 10 Minuten Video, brauchte ich so 5 Minuten, um es hochzuladen. Ähm, das Rendern klappt jetzt, naja, es dauert, glaube ich, immer noch so lange, vielleicht ein bisschen schneller, aber es stört sich nicht mehr ab. Und ja, deshalb bin ich jetzt wieder mal aktiv auf meinem Kanal, aber diesmal bin ich nicht alleine da, also mein Neustart war nicht alleine, sondern ich führe den Kanal jetzt mit einer weiteren Person, Namens Nuclear In-Game, aka David in Movie Life, heißt das so. Ja, also auf jeden Fall ist ein krasser MW3-Spieler, also werdet ihr, ähm, bei uns auf jeden Fall MW3-Spieler sehen, MW3-Spieler, MW3-Morps, schnelle Morps, Double Morps, denken wir sowas. Wir haben gerade zur Zeit 3 Serien auf dem Kanal, eine Serie habe ich noch nicht hochgeladen, aber werde ich in nächster Zeit hochladen. Ähm, auf jeden Fall, also einmal die Morps-Serie, MW3-Morps mit jeder Waffe, da werden die meisten Morps von Nuclear gemacht, dann haben wir Nuklear mit jeder Waffe, da werden die meisten Nuklears von mir gemacht, aber wir versuchen das so abwechselnd hochzuladen, also schaut einfach mal vorbei. Dann haben wir noch Killedwell, Killedwells mit einem anderen YouTuber, einfach auch andere Spieler, halt, es macht einfach Spaß, Killedwelle zu machen und, ja, das habe ich mir gedacht, mache ich einfach eine Serie draus, ganz normal. Ich habe auch schon so ein paar aufgenommen und, ja, also die werde ich in nächster Zeit dann auch hochladen. Und ja, ich denke mal, sozusagen, das ist der Anfang vom Kanal, wie ich den zur Zeit führe, beziehungsweise wie der gerade aufgebaut ist. Auf jeden Fall werden wir später noch mehr Serien hinzufügen, werden uns mehr einfallen und wir auch auf mehr Projekte Bock haben. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, was für Ideen ihr hättet. Und ja, also, ich denke mal, Link ist in der Beschreibung, wenn ich mich nicht irre, wenn ich, dann nicht. Aber haut auf jeden Fall rein, bis zum nächsten Mal, danke nochmal und ciao. Bis zum nächsten Mal.